Musik Heute mit einem Video zu meinen römischen Münzen im ersten von zwei Teilen. Rom bzw. Antike ist nicht mein Hauptsammelgebiet. Ich sammle das aus dem geschichtlichen Interesse heraus, solche Münzen, solche Originale aus dieser Zeit zu besitzen, die über 1500, über 1700 Jahre alt sind. Und so kann es natürlich passieren, dass im Video inhaltliche Fehler enthalten sind. Ich habe mich in den Bereich Rom bisher nur sehr, sehr wenig einarbeiten können, was natürlich auch eine immense Zeitfrage ist, da ich nebenbei auch einen ganz normalen Job habe, ganz normale Verpflichtungen habe. Und das alles unter einen Hut zu bringen, da muss man eben an manchen Stellen erstmal Abstriche machen, zumal ich ja nicht nur Rom als Sammelgebiet habe, sondern noch viele, 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 viele andere. Und aus diesem Grund halte ich nebenbei auch die Klappe, mache das dieses Mal mehr mit Text und schöner Hintergrundmusik und ich hoffe, es gefällt euch und ihr könnt gern eine positive Bewertung da lassen, gern auch was Nettes in die Kommentare schreiben und wir sehen uns dann schon mal im zweiten Teil wieder. und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Und ohne weitere Umschweife geht es jetzt auch schon los. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020